Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stundo Gaming und heute spielen wir wieder die Obby. Das wird wahrscheinlich auch die letzte Folge sein, ich werde nämlich praktisch aus diesem Video ein letztes Video machen, das heißt ich werde nicht mehr zu diesem Obby ein Video machen, ich werde natürlich bis zu 100% durchspielen, allerdings seht ihr nicht mehr die ganzen 54% Also die seht ihr nicht mehr, denn ich werde das tun, also ich werde ein bisschen weiter machen, als jetzt ihr es seht. Ja, also diese 54% werdet ihr nicht alle korrekterweise sehen, sondern nur so lange wie das Video ist halt, ne. Genau. Verdammt. 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 So. Ich muss kurz was einstellen beim Mikrofon, da ging gerade irgendwas nicht. Jetzt geht ihr wie da was alles. Warum bin ich gerade so dumm? Helga. Jetzt aber so. Verdammt. 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 so zack zack verdammt warum ist das eigentlich so kacke ganz normal gelaufen zack 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 so so leute da bin ich wieder mit einem anderen spieler der wartet auf mich die ganze zeit und verfolgt mich keine ahnung genau wir spielen anscheinend gerade zusammen weiß ich nicht ich weiß nur dass ich die ganze zeit schon verkacken ach junge so leute wir sind jetzt schon beim siebenzig prozent ich verkack die ganze zeit hier was ist denn das für eine gottke junge meine immer bei dem letzten ich habe schon wieder kein bock auf diesem scheiß spiel warum läuft er denn weiter ich bleibe mit dem weh stehen und was macht der läuft weiter was ist das ja komm ach komm fick dein Leben warum der läuft einfach weit als wäre nix gewesen das ist ey junge meine güte immer bei den letzten immer bei den letzten das ist doch zum karten ja natürlich ich habe keinen bock mehr da drauf ich habe keinen bock mehr da drauf ich habe keinen bock mehr da drauf ich habe keinen bock mehr da drauf